Ja, hallo! Bevor wir anfangen, machen wir hier unten zunächst einmal eine Wiederholung, was wir in den vorigen Videos gelernt haben, bzw. welche Vorkenntnisse ihr benötigt. Im ersten Video habe ich euch zunächst einmal erklärt, was ein Eigenwert bzw. ein Eigenvektor überhaupt ist. Dann kamen zwei weitere Videos und da habe ich Formeln hergeleitet und mit diesen Formeln kann man die Eigenwerte bzw. die Eigenvektoren berechnen. Das ist einmal diese Formel für die Eigenwerte und die für die Eigenvektoren. Diese beiden Videos müsst ihr nicht unbedingt gesehen haben, denn da werden diese beiden Formeln nur hergeleitet. Normalerweise macht man das so, da guckt man einfach in der Formelsammlung nach und benutzt diese Formeln. Wie die hergeleitet werden, ist eigentlich total uninteressant. Das ist genauso in der Schule, da lernt man, wie man quadratische Gleichungen löst, mithilfe der pq-Formel oder der Mitternachtsformel, aber niemand interessiert sich dafür, wie man diese Formeln herleitet. Gut, also das müsst ihr wissen. Ihr müsst wissen, was ein Eigenwert bzw. ein Eigenvektor ist und ihr müsst mir glauben, dass das die Formel für die Eigenwerte ist und das die Formel zur Berechnung der Eigenvektoren. Und jetzt zeige ich euch in diesem ersten Praxisvideo, wie man diese Formeln, die und die hier benutzt. Das sieht nämlich so aus, als muss man da nur was einsetzen in so eine Lösungsformel, aber da muss man ein paar Tricks benutzen. Das ist also nicht so einfach, wie das aussieht. Es ist nicht so einfach wie bei quadratischen Gleichungen. Gut, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen jetzt mit dem Beispiel an. Und zwar werden wir die Eigenwerte und an den nächsten Tafeln dann die Eigenvektoren einer 2x2-Matrix berechnen. Aber zunächst einmal putze ich hier unten die Tafel, damit wir ein bisschen Platz haben. Gut, dann legen wir mal los. Gegeben ist also eine 2x2-Matrix. Und jetzt gesucht sind die Eigenwerte und Eigenvektoren. An dieser Tafel, wie gesagt, berechne ich zunächst einmal nur die Eigenwerte. Und wie ich euch gerade schon gesagt habe, die Formel entnimmt man einfach der Formelsammlung. Die muss man nicht jedes Mal herleiten. Und die lautet also, die Formel für die Eigenwerte, Determinante von a minus Lambda mal i Klammer zu gleich 0. So, wollen wir zunächst einmal erklären, was was in der Formel bedeutet. Also das hier ist das Zeichen für Determinante. Man könnte also die ganze Formel auch so schreiben. Also entweder man macht diese geraden Striche für Determinante oder man schreibt Determinante und hier hinter dann so eine Klammer. Das ist also egal. Beides wird man in Lehrbüchern finden. So, a steht für die gegebene Matrix. Das ist hier diese in unserem Beispiel. Lambda, das sind die gesuchten Eigenwerte. Die wollen wir also berechnen. Und i steht für Identitätsmatrix. Nochmal eine kurze Wiederholung. Was ist eine Identitätsmatrix? Ja, die wird manchmal auch Einheitsmatrix genannt und mit E abgekürzt. Das ist eine Matrix, die hat auf der Hauptdiagonalen 1 und alle anderen Einträge sind gleich 0. Die gibt es als 2x2 Matrix. Als 3x3 Matrix sieht die dann so aus. Hier fehlt noch eine 0 und so weiter und so weiter. Das ist also eine Identitätsmatrix. Oder Einheitsmatrix wird hier auch genannt. Gut, der erste Schritt jetzt ist also, ich schreibe die Lösungsformel hin. Und der zweite Schritt ist, ich setze die gegebenen Werte ein. Das ist einmal hier die gegebene Matrix A. Und i kann ich auch einsetzen, denn ich weiß ja, wie eine Identitätsmatrix aussieht. Das Einzige, was ich nicht einsetzen kann, ist wie gesagt Lambda, denn das ist ja der gesuchte Wert. Lambda möchte ich ja berechnen. Gut, dann machen wir das mal. Setzen wir mal die gegebenen Werte ein. Dann erhalte ich hier Determinante. Jetzt muss ich eckige Klammern nehmen, damit ich die unterscheiden kann von der Matrix-Klammer. Und für A setze ich jetzt ein, diese Matrix hier, 5, 8, 1, 3. So, dann kommt hier mein Lambda. Das ist der gesuchte Eigenwert oder die Eigenwerte, wenn es mehrere Eigenwerte sind. Und dann kommt die Identitätsmatrix. Da muss man jetzt aufpassen, welche muss ich da nehmen? Muss ich da eine 2x2 oder eine 3x3 nehmen? Ja, kurz gesagt, man muss immer eine Identitätsmatrix hier einsetzen, die vom gleichen Typ ist wie A. Also diese Matrix, die Identitätsmatrix, muss vom gleichen Typ sein wie die gegebene Matrix A. Also auch eine 2x2-Matrix. Der tiefere Sinn ist nämlich folgender. Im übernächsten Schritt werden wir diese und diese Matrix hier subtrahieren. Und das funktioniert nur, wenn die beiden vom gleichen Typ sind. Aber wenn ihr dann eine falsche nehmt, ist kein Problem. Das merkt ihr also dann automatisch im übernächsten Schritt. Gut, den Rest der Formel schreibe ich ab, also gleich 0. Und damit sind wir mit dem ersten Schritt schon fertig. So, im nächsten Schritt führe ich diese Multiplikation hier durch. Da wird also eine Zahl, die Eigenwerte sind ja nichts anderes als Zahlen, da wird eine Zahl mit einer Matrix multipliziert. Ja, wie macht man das? Wie multipliziert man eine Zahl mit einer Matrix? Ja, ganz einfach. Da muss man jedes Element hier, der Matrix, jeden Eintrag also, jeden Eintrag muss ich mit Lambda multiplizieren, also mit der Zahl. Dann erhalte ich folgendes, das schreibe ich mal eben hier ab. So, 5, 8, 1, 3. Dann erhalte ich folgendes, wenn ich Lambda mal 1 rechne, erhalte ich Lambda. Wenn ich Lambda mal 0 rechne, erhalte ich 0. Wenn ich Lambda mal 0 rechne, erhalte ich auch 0. Und wenn ich Lambda mal 1 rechne, erhalte ich Lambda. Gut, und damit ist der nächste Schritt auch schon fertig. So, jetzt wird diese Matrizen-Subtraktion hier durchgeführt, wie ich schon gerade angemerkt habe. Und da seht ihr auch, hätte ich hier eine Matrix vom falschen Typ genommen, zum Beispiel eine vom Typ 3x3, dann hätte das Ganze hier nicht funktioniert. Dann stände ich hier auch eine 3x3-Matrix und von einer 2x2-Matrix kann ich keine 3x3-Matrix abziehen. Also, da kann man sich gar nicht vertun, man merkt seinen Fehler. Gut, also wie gesagt, wir wollen jetzt diese beiden Matrizen voneinander subtrahieren. Wie macht man das überhaupt nochmal? Ja, ganz einfach, da muss man die entsprechenden Einträge voneinander subtrahieren. Also vom ersten Eintrag, das ist hier die 5, muss ich hier den ersten Eintrag abziehen. Und vom zweiten ziehe ich dann den zweiten Eintrag ab, vom dritten ziehe ich den dritten Eintrag ab und vom letzten Eintrag ziehe ich dann den letzten Eintrag ab. Also ganz einfach, dann erhalte ich folgendes, die Determinante, jetzt muss ich mal gucken, jetzt kann ich runde Klammern nehmen. So, und 5-Lambda ergibt 5-Lambda. Das schreibt man also nur so hin. Dann habe ich 8-0, das ergibt 8. Dann habe ich 1-0, das ergibt 1. Und 3-Lambda ergibt 3-Lambda. Na, so, und den Rest schreibe ich ab, also gleich 0 dahinter. Gut, machen wir hier auf der anderen Seite der Tafel weiter. Jetzt muss ich nämlich hier eine Determinante ausrechnen. Ja, wie berechnet man nochmal eine 2x2-Determinante? Da haben wir folgende Formel kennengelernt. Man multipliziert die Elemente auf der Hauptdiagonalen, also diese beiden hier, die multipliziert man. Und dann zieht man davon etwas ab, nämlich das Produkt der Elemente der Nebendiagonalen. Also kurz gesagt, das mal das, minus das mal das. Die Pfeile mache ich aber mal wieder weg, die irritieren jetzt, glaube ich. Gut, dann rechnen wir das mal aus. Dann habe ich da also 5-Lambda mal 3-Lambda. 5-Lambda mal 3-Lambda. So, und dann haben wir gesagt, da müssen wir etwas von abziehen, nämlich das Produkt hier der Elemente der Nebendiagonalen. Also minus 1 mal 8. 1 mal 8 kann ich, ja, ich schreibe es mal hin, 1 mal 8. 1 mal 8 ergibt aber 8. Kann ich auch direkt zusammenfassen. 1 mal 8 gleich 8. So, und dann muss ich noch gleich 0 dahinter schreiben. Gut, das ist eine quadratische Gleichung. Vielleicht seht ihr das noch nicht. Also multiplizieren wir erstmal diese beiden Klammern hier aus. Machen wir das mal. Dann habe ich also 5 mal 3, das ergibt 15. Und 5 mal minus Lambda ergibt minus 5 Lambda. Und minus Lambda mal 3 ergibt minus 3 Lambda. Und minus Lambda mal minus Lambda ergibt plus Lambda Quadrat. Und dann kommt noch minus 8 dahinter. Die wird übernommen. So, jetzt kann ich zusammenfassen. Also einmal habe ich hier Lambda Quadrat. Was habe ich dann noch? Dann kann ich diese beiden hier zusammenfassen. Minus 5 Lambda minus 3 Lambda ergibt zusammen minus 8 Lambda. Ja, und dann habe ich hier noch die 15. Minus 8, das ergibt 7. Gut, jetzt sehe ich es besser, dass ich hier nämlich eine quadratische Gleichung habe. Ja, wie man eine quadratische Gleichung löst, das wissen wir aus der Schule. Da kann man die pq-Formel nehmen. Oder die abc-Formel, die auch Mitternachtsformel genannt wird. Oder wenn man ein Freak ist, kann man die quadratische Ergänzung benutzen. Ich würde sagen, wir nehmen die pq-Formel, denn die bietet sich hier an. Und zwar ist ja hier der Koeffizient vom quadratischen Glied gleich 1. Oder anders ausgedrückt, da steht kein Koeffizient. Und in diesem Fall ist also die pq-Formel am einfachsten. Ja, dann fangen wir mal an. Und das Erste, was man da macht, ist, man markiert mal, was ist p und was ist q. Der Koeffizient vom linearen Glied, das ist wie immer p. Und der konstante Term, der wird wie immer q genannt. So, und jetzt brauche ich die pq-Formel. Da gucke ich in der Formelsammlung nach. Die lautet also x12 ist gleich minus p halbe plus minus die Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus q. Ja, jetzt setze ich hier dieses p und dieses q, also minus 8 und 7, in diese Formel hier ein. Machen wir das mal. Dann haben wir hier x12 gleich minus, für p setze ich jetzt ein, minus 8. Minus 8 dividiert durch 2 plus minus die Wurzel aus, so jetzt muss ich für p wieder was einsetzen. p war minus 8, dann dividiert durch 2 zum Quadrat minus q und für q muss ich die Zahl 7 einsetzen. So, das rechne ich jetzt mal aus, kann man im Kopf machen. Das Minus und das Minus heben sich gegenseitig auf. Und 8 durch 2 ergibt 4. Und minus 8 durch 2 ergibt minus 4. Und minus 4 zum Quadrat ergibt 16. 16. Und 16 minus 7 ergibt 9. 9. Und die Wurzel aus 9, das kann man im Kopf rechnen, ist 3. 3. So, und dann erhalten wir also als erste Lösung 4 minus 3, das ergibt 1. Und die zweite Lösung lautet 4 plus 3, das sind dann 7. Ja, damit habe ich die Eigenwerte berechnet. Der erste Eigenwert ist 1 und der zweite Eigenwert ist gleich 7. An den nächsten beiden Tafeln, da berechne ich jetzt die Eigenvektoren. Die Berechnung der Eigenvektoren ist etwas umfangreicher, deshalb brauche ich da zwei Tafeln für. Ja, kommen wir jetzt zur Berechnung der Eigenvektoren. Für die Berechnung der Eigenvektoren gibt es diese Lösungsformel hier. Die entnimmt man normalerweise der Formelsammlung. Falls ihr Interesse daran habt, diese Formel hier zu beweisen, beziehungsweise herzuleiten, dann eine Herleitung gebe ich in einem der Theorie-Videos. Aber hier geht es ja nur um die Praxis. Und da macht man das eben so, wie ich gerade gesagt habe. Man entnimmt einfach diese Formel der Formelsammlung. So, jetzt machen wir im ersten Schritt folgendes. Wir setzen hier gegebene Werte ein. Dieses A hier steht für die gegebene Matrix. Das war in unserem Beispiel diese hier. Dieses Lambda sind die berechneten Eigenwerte. Die haben wir also schon berechnet. Allerdings setze ich die jetzt noch nicht ein, denn sonst müsste ich ja eine Fallunterscheidung machen. Ich habe ja hier zwei Fälle. Und diese Fallunterscheidung mache ich später. Dadurch spare ich mehr Schreibarbeit. Aber was ich noch einsetzen kann, ist dieses I hier. Und dieses I steht für eine Identitätsmatrix. Da muss ich also eine Identitätsmatrix einsetzen. Die wird manchmal übrigens auch Einheitsmatrix genannt und mit E abgekürzt. Und diese Identitätsmatrix, die muss vom gleichen Typ sein wie A, denn sonst wäre diese Subtraktion hier nicht definiert. Das sehen wir dann im übernächsten Schritt. Gut, was war nochmal V? V war der gesuchte Eigenvektor oder die gesuchten Eigenvektoren. Und das hier ist der Nullvektor. Ja, setzen wir mal diese beiden Werte ein, also die Matrix und die Identitätsmatrix. Zunächst einmal die gegebene Matrix A. Die habe ich hier nochmal hingeschrieben. Die lautet also, oder die hat die Einträge 5, 8, 1, 3. So, dann kommt ein Minuszeichen. Da kommt das Lambda. Wie gesagt, für Lambda setze ich noch nichts ein. Man kann es machen, aber ist zu viel Schreibarbeit. Und dann setze ich hier für I eine Identitätsmatrix ein. Die Frage ist bloß welche. Und da hatte ich euch gesagt, die muss vom gleichen Typ sein wie die gegebene Matrix, weil sonst funktioniert diese Subtraktion hier nicht. Das seht ihr im nächsten Schritt. Also, weil ich hier eine 2x2 Matrix habe, muss ich hier auch eine 2x2 Matrix einsetzen. Eine Identitätsmatrix. Und Identitätsmatrix heißt, auf der Hauptdiagonalen sind Einsen und alle anderen Elemente sind gleich 0. Okay, jetzt mache ich noch diese Klammer hier drumherum. Die muss ich jetzt allerdings hier eckig machen. So, und den Rest schreibe ich ab. Also mal v. v war der gesuchte Eigenvektor. Das Ganze ist hier gleich dem Nullvektor. Das schreibe ich also nur ab. So, im nächsten Schritt, was mache ich da? Ja, jetzt könnte ich natürlich hier für Lambda diese Eigenwerte einsetzen. Aber da habe ich ja schon gesagt, das verschieben wir noch einen weiteren Schritt. Und wir machen erst mal folgendes. Wir rechnen dieses Produkt hier aus. Dieses Lambda mal die Matrix. Ja, wie multipliziert man eine Zahl? Lambda ist ja eine Zahl. Wie multipliziert man eine Zahl mit einer Matrix? Ja, da muss man die Zahl mit jedem Element der Matrix multiplizieren. Dann erhalten wir hier Lambda mal 1, das ergibt Lambda. Und Lambda mal 0 ergibt 0. Lambda mal 0 ergibt wieder 0. Und Lambda mal 1 ergibt Lambda. So, und den Rest brauche ich nur abschreiben. So, wieder meine eckige Klammer. Okay, das war schon wieder ein weiterer Schritt, den wir geschafft haben. Ja, im nächsten Schritt mache ich jetzt folgendes. Ich führe diese Subtraktion hier durch. Ja, und jetzt seht ihr auch, warum ich hier als Identitätsmatrix eine 2x2 Matrix genommen habe. Denn dadurch habe ich hier auch eine 2x2 Matrix und dadurch kann ich diese Subtraktion durchführen. Hätte ich hier eine 3x3 Matrix genommen, hätte ich hier auch eine. Und eine 2x2 Matrix minus eine 3x3 Matrix ist nicht definiert. Ja, man kann nur Matrizen subtrahieren, die vom gleichen Typ sind. Gut, dann rechnen wir das mal aus. Ja, wie subtrahiert man überhaupt zwei Matrizen voneinander? Da muss man einfach die entsprechenden Einträge voneinander subtrahieren. Also 5 minus Lambda, 8 minus 0, 1 minus 0 und 3 minus Lambda rechnen. Ja, schreiben wir mal auf. Also ich habe hier 5 minus Lambda, das ergibt 5 minus Lambda. Und 8 minus 0 ergibt 8. Hoppla. So. Und 1 minus 0 ergibt 1. Und 3 minus Lambda ergibt 3 minus Lambda. Gut, den Rest schreibe ich jetzt einfach mal wieder ab. So, jetzt mache ich allerdings noch eine kleine Vereinfachung. Und zwar schreibe ich dieses v hier in Koordinatenform und den Nullvektor schreibe ich auch in Koordinatenform. Ja, machen wir das mal. Also den Vektor v schreibe ich in Koordinatenform. Das heißt, ich schreibe hier hin xy. Das heißt, ich mache am besten noch ein v dahinter. Dann weiß man, das sind die Koordinaten des Vektors v. So, und das gleiche mache ich mit dem Nullvektor. Den schreibe ich ebenfalls ausführlich in Koordinatenform. Gut, jetzt könnte man sich bloß noch die Frage stellen, warum habe ich hier und hier zwei Koordinaten genommen? Warum habe ich hier zum Beispiel nicht hingeschrieben 0, 0, 0 oder 0, 0, 0? Ja, das würde alles keinen Sinn machen. Und zwar, wenn ich dieses Produkt ausrechne, da muss ich ja jede Zeile mit jeder Spalte multiplizieren. Das heißt, ich muss das hier und das hier skalar multiplizieren. Und das geht nur, wenn ich hier genauso viele Einträge habe wie in diesen Zeilen hier. Also die Anzahl der Spalten muss hier genauso groß sein wie hier die Anzahl der Zeilen. Und deshalb habe ich hier zwei Koordinaten und nicht drei oder vier oder sowas. Und wenn ich das ausrechne, kriege ich auch einen Nullvektor raus, der zwei Koordinaten hat. Nicht drei oder vier oder sowas. Aber falls ihr einen Fehler macht und hier statt zwei Nullen drei Nullen hinschreibt, also den Vektor 0, 0, 0, das ist kein Problem. Das merkt ihr spätestens im übernächsten Schritt. Da kann also nichts passieren. Gut, machen wir jetzt den letzten Schritt auf dieser Tafel. Dann ist die Tafel voll. Dann gehen wir zur nächsten Tafel. Und da machen wir folgendes. Wir setzen jetzt für Lambda hier diese Eigenwerte ein. Jetzt kommt also die Fallunterscheidung, die ich euch hier oben schon angedroht habe. Da habe ich gesagt, man könnte Lambda auch schon hier oben einsetzen. Aber dann hätte man hier die ganze Zeit eine Fallunterscheidung machen müssen, weil wir zwei Lambda haben. Besser ist es, ich mache die hier unten. Gut, also setzen wir zunächst einmal Lambda gleich 1 ein. Also für Lambda setzen wir die Zahl 1 ein. Einmal hier und einmal hier, dann erhalte ich hier die Matrix 5 minus 1, das ergibt 4. Die 8, da brauche ich nichts einsetzen, hier brauche ich auch nichts einsetzen. Und hier muss ich wieder die 1 einsetzen, dann habe ich 3 minus 1, das ist die 2. So, den Rest schreibe ich einfach nur wieder ab. Ah, das war verkehrt. So, okay, also das war der erste Fall. Jetzt kommen wir hier zum zweiten Fall. Da ist Lambda gleich 7. Ich setze also hier und hier jetzt die 7 ein. Dann habe ich 5 minus 7, das ist minus 2. Die 8 wird übernommen, da kann ich nichts einsetzen. Hier kann ich auch nichts einsetzen. Hier setze ich wieder die 7 ein, dann habe ich 3 minus 7, das ist minus 4. So, und der Rest wird wieder nur übernommen. Ja, und dann bin ich auf dieser Tafel fertig. Das ist jetzt ein Zwischenergebnis. Also ich habe diese Gleichung hier erhalten und diese Gleichung. Und ich mache jetzt auf der nächsten Tafel weiter, weil hier der Platz nicht mehr reicht. Da rechne ich diese Gleichung bzw. diese Gleichung dann aus. Ja, ich habe die beiden Gleichungen von der vorigen Tafel hier nochmal hingeschrieben. Also das waren die letzten Gleichungen, die wir berechnet haben. Und in diesen Gleichungen ist der gesuchte Eigenvektor dieser Vektor hier. Der gesuchte Eigenvektor V ist dieser Vektor. Der hat die Koordinaten XV, Y, V. Die müssen wir natürlich noch berechnen. Beziehungsweise hier aus dieser Gleichung wird sich ein weiterer Eigenvektor ergeben. Ja, aber das machen wir später. Wir gucken uns erstmal hier diese Gleichung an. Diese Seite, da verläuft die Berechnung genauso. Gut, wie können wir diesen Vektor V hier berechnen? Ja, da könnte man auf eine dumme Idee kommen. Und zwar in der Schule hat man ja solche Gleichungen hier. 3 mal X gleich 2. Da dividiert man einfach die Gleichung durch 3 und erhält dann X gleich 2 Drittel. Könnte man auf die, da könnte man auf die dumme Idee kommen. Machen wir hier das Gleiche. Teilen wir doch einfach durch diese Matrix hier. Ist natürlich Blödsinn. Das funktioniert nicht, weil eine Division durch eine Matrix ist überhaupt nicht definiert. Also so eine Rechenoperation gibt es nicht. Das können wir schon mal vergessen. Gut, eine andere dumme Idee wäre, ich multipliziere diese Gleichung hier von links mit der Inversen dieser Matrix. Dann hebt die sich auf, wandert also hier rüber. Funktioniert allerdings auch nicht, denn diese Matrix hat keine Inverse. Ja, also müssen wir uns etwas Neues ausdenken. Und da zeige ich euch jetzt einen Trick. Der besteht aus zwei Schritten. Und mit diesem Trick können wir dann diesen Vektor V hier berechnen. Ja, das Erste, was wir machen ist, wir überlegen uns mal, was hier überhaupt steht. Ja, da steht eine Matrizenmultiplikation. Ich habe hier zwei Matrizen, die werden miteinander multipliziert. Und das hier ist das Produkt. Gut, da werdet ihr sagen, das sind doch nicht zwei Matrizen, sondern eine Matrix und ein Vektor. Aber ein Vektor ist ja nur ein Sonderfall einer Matrix. Ein Vektor ist eine Matrix, die nur eine Spalte hat. Ja, also das Erste, was wir feststellen, ich habe hier eine Matrizenmultiplikation. So, jetzt sehen Aufgaben zur Matrizenmultiplikation allerdings normalerweise etwas anders aus. Und zwar, als wir die Matrizenmultiplikation kennengelernt haben, da habe ich euch solche Aufgaben gegeben. Die lauteten, gegeben sind zwei Matrizen. Die eine muss ich noch hinschreiben. Die lautet minus 1, 10. So, gegeben sind zwei Matrizen. Und gesucht ist das Produkt, das Matrizenprodukt. Und das Matrizenprodukt hat als Lösung hier die Koordinaten XY. Also, das ist eine Matrizenmultiplikation, das auch. Aber in unserem Fall ist die Aufgabenstellung etwas anders. Normalerweise ist ja das Produkt gesucht. Also, gegeben sind die beiden Faktoren. Dann muss ich die multiplizieren. Und das hier ist die Lösung. Hier ist die Lösung schon bekannt. Die Lösung der Matrizenmultiplikation ist schon bekannt. Und gesucht ist stattdessen einer der Faktoren, nämlich dieser hier. Und das ist dann der gesuchte Eigenvektor, den wir berechnen wollen. Also, die Aufgabenstellung ist etwas anders. Aber es ist hier ein ganz normales Matrizenprodukt. Eine Matrixmultiplikation, die ich hier habe. Gut, also, weil hier eine Matrizenmultiplikation vorliegt, wiederhole ich hier am Beispiel mal eben, wie man zwei Matrizen miteinander multipliziert. Also, man multipliziert zwei Matrizen miteinander, indem ich jede Zeile der ersten Matrix mit jeder Spalte der zweiten Matrix skalar multipliziere. Das heißt, in unserem Beispiel, ich bilde das Skalarprodukt aus erster Zeile und erster Spalte. Und im zweiten Schritt bilde ich das Skalarprodukt aus zweiter Zeile und erster Spalte. So, jetzt stellt sich nur noch die Frage, wo schreibe ich denn die Ergebnisse hin? Ja, da gibt es eine ganz einfache Regel. Wenn ich hier die erste Zeile mit der ersten Spalte multipliziere, dann muss das Ergebnis auch in die erste Zeile, erste Spalte. Also, dahin. Und wenn ich die zweite Zeile, zweite Zeile, skalar multipliziere mit der ersten Spalte, dann muss das Ergebnis auch in die zweite Zeile und erste Spalte. Also, hierhin. Eins, zwei, zweite Zeile, erste Spalte, also hierhin. Ja, das ist also ganz einfach. Also, allgemein gesagt, wenn ich hier die n-te Zeile mit der m-ten Spalte multipliziere, dann muss das Ergebnis hier auch in die n-te Zeile und m-te Spalte. Ja, also einfacher geht es nicht. Das ist glücklicherweise eine Merkregel, die man sich sehr gut merken kann. Gut, dann machen wir das jetzt mal. Also, ich beginne jetzt mit der Matrizenmultiplikation. Zunächst multipliziere ich die erste Zeile, wie gesagt, mit der ersten Spalte, und zwar skalar. Ich multipliziere die beiden skalar. Dann habe ich da stehen, den Zeilenvektor 4, 8, das ist dieser, skalar multipliziert mit dem Vektor minus 10, 5. So. Ja, und das Ergebnis kenne ich noch nicht, aber ich weiß, es muss in die erste Zeile und erste Spalte, also das Ergebnis ist dieses x hier. und dann habe ich gesagt, im zweiten Schritt muss ich dann die zweite Zeile mit der ersten Spalte multiplizieren, also den Zeilenvektor 1, 2, skalar multipliziert mit minus 10, 5, minus 10, 5. Das Ergebnis kenne ich noch nicht, aber ich weiß, das Ergebnis wird in der zweiten Zeile und ersten Spalte stehen, also hier, also es heißt y. So, jetzt muss ich diese Skalarprodukte hier, diese beiden, ja noch ausrechnen, um x und y zu erhalten. Da müssen wir jetzt mal ganz kurz wiederholen, wie berechnet man ein Skalarprodukt. Ja, da multipliziert man die entsprechenden Koordinaten miteinander, also zunächst einmal die x-Koordinaten, das heißt, ich rechne hier 4 mal minus 10, das mal das und dann addiert man das dazu, das Produkt der y-Koordinaten, also plus 8 mal 5. 8 mal 5, wenn man das ausrechnet, 4 mal minus 10 ist minus 40, 8 mal 5 ist plus 40, minus 40 plus 40 ergibt 0. Hier unten kann ich das auch machen, einmal minus 10, einmal minus 10, das ergibt minus 10 und dann addiere ich dazu das Produkt der y-Koordinaten, also plus 2 mal 5, plus 2 mal 5 und wenn ich das ausrechne, einmal minus 10 ist minus 10, plus 2 mal 5, 2 mal 5 ist plus 10, also minus 10 plus 10 ergibt wieder 0. Ich kann also dahinter schreiben, das ist 0 und das ist hier auch 0. Gut, also das war eine Wiederholung, wie man zwei Matrizen miteinander multipliziert. So, und jetzt mache ich mit dieser Matrizenmultiplikation hier das gleiche, was ich hier gerade vorgeführt habe. Ich schreibe also diese Matrizenmultiplikation wieder in Form zweier Skalarprodukte. Ja, gut, fangen wir mal an. Ich muss also jede Zeile mit jeder Spalte multiplizieren. Also zunächst einmal multipliziere ich die erste Zeile mit der ersten Spalte und zwar Skalar. Dann erhalte ich den Vektor 4,8 Skalar multipliziert mit x, v, y, v. So, und wo käme jetzt das Ergebnis hin? Weil ich die erste Zeile mit der ersten Spalte Skalar multipliziert habe, erste Zeile, erste Spalte, müsste das Ergebnis auch in die erste Zeile, erste Spalte, also hier oben hin. So, jetzt steht da ja schon eine Zahl. Ich habe ja gesagt, ich habe hier die umgekehrte Aufgabenstellung. Ich suche also nicht die Lösung, sondern die Lösung ist gegeben und ich suche einen der Faktoren. Umgekehrte Aufgabenstellung. Also das Ergebnis ist schon gegeben. Das ist 0. Also schreibe ich einfach die 0 dahin. So, und dann muss ich noch die zweite Zeile mit der ersten Spalte Skalar multiplizieren. Also den Vektor 1, 2, Skalar multipliziert, mit x, v, y, v. x, v, y, v. Und wo kommt das Ergebnis hin? Das Ergebnis kommt in die zweite Zeile, erste Spalte. Das ist also hier die untere 0. Und weil da schon eine Zahl steht, kann ich die da hinschreiben. Da steht eine 0, also schreibe ich die 0 hin. Ich kenne ja schon das Ergebnis. So, jetzt habe ich genau das gleiche gemacht wie hier und damit ist der erste Teil des Tricks beendet. Auch wenn man da noch keinen Vorteil sieht. Aber ich fasse mal zusammen. Was ist der erste Teil des Tricks? Ich schreibe einfach die Matrizenmultiplikation in Form zweier Skalarprodukte. So wie ich es auch machen würde, wenn ich eine Matrizenmultiplikation ausrechnen muss. Das ist also das übliche Verfahren. Also ich fasse zusammen. Der erste Teil des Tricks besteht darin, dass ich diese Matrizenmultiplikation in Form zweier Skalarprodukte schreibe. Ja, kommen wir jetzt zum zweiten Teil des Tricks. Und der beginnt damit, dass ich erkenne, dass ich hier zwei ganz besondere Skalarprodukte habe. Ich habe hier zwei Skalarprodukte, die gleich 0 sind. Das ist ja selten der Fall. Aber bei diesem Lösungsverfahren treten hier immer zwei Skalarprodukte auf, die gleich 0 sind. So, und jetzt muss ich ganz tief zurück in die Schulzeit. Und da haben wir einen Satz kennengelernt. Und der sagte, ein Skalarprodukt, also dieses hier oder dieses, ein Skalarprodukt ist genau dann gleich 0, wenn die beiden Faktoren, die beiden hier senkrecht aufeinander stehen. Ja, und wenn man diesen Satz kennt oder sich daran erinnert, dann weiß man, dieser Vektor und dieser Vektor, die stehen senkrecht aufeinander. Eben weil das Skalarprodukt gleich 0 ist. Also mache ich hier mal so ein Pfeil hin und so ein Senkrechtzeichen. Ja, und genauso hier. Ich habe ein Skalarprodukt. Das ist gleich 0. Das bedeutet, die beiden Faktoren, die dieses, oder die beiden Vektoren, die dieses Skalarprodukt bilden, die stehen senkrecht aufeinander. Das ist das Zeichen dafür. Gut, und das ist eben der zweite Teil des Tricks. Denn jetzt kann ich die Lösung direkt angeben, auch wenn man das noch nicht sieht. Es gibt nämlich einen weiteren Satz, auch aus der Schulzeit. Da muss ich mich dran erinnern. Und der geht folgendermaßen. Dazu putze ich mal eben hier die Tafel. So. Ja, der Satz aus der Schulzeit geht folgendermaßen. Gegeben sei ein Vektor, ich nenne den mal U, mit den Koordinaten A, B. So, wie finde ich jetzt einen Vektor V, der senkrecht auf U steht? Ich habe das mal so geschrieben. V, Index, senkrecht auf U. Wie finde ich den? Ja, ganz einfach. Da vertausche ich einfach die Koordinaten. Aus A, B wird B, A. Und dann drehe ich eines der beiden Vorzeichen um. Also entweder dieses oder dieses. Ist egal welches. Ich nehme mal einfach das hier oben. Ja, also nochmal kurz wiederholt. Ich habe einen Vektor A, B. Ich suche einen senkrechten dazu. Dann vertausche ich einfach die beiden Koordinaten. Aus A, B wird B, A. Und mache und vertausche zusätzlich eines der beiden Vorzeichen. Egal ob oben oder unten. Ja, so finde ich also einen senkrechten Vektor. So, und diesen Satz wende ich jetzt hier auf diese beiden Skalarprodukte an. Denn ich weiß ja, dieser Vektor hier ist senkrecht auf diesen, beziehungsweise dieser ist senkrecht auf diesem Vektor. Ja, da muss ich also nur die Koordinaten vertauschen. Dann, also ich schreibe es mal hin, V oder V1 nenne ich das mal. Da vertausche ich die Koordinaten. Aus 4, 8 wird 8, 4. 8, 4. Und dann drehe ich ein Vorzeichen um, nehme ich einfach das obere. So, und das gleiche mache ich hier unten. Aus dem Vektor 1, 2, also V2. Berechne ich. Aus dem Vektor 1, 2 wird 2, 1. Und dann drehe ich wieder ein Vorzeichen um. Ich nehme wieder das obere. Und erhalte hier den zweiten Vektor V. Das ist ja der Vektor V1, dieser hier. Und das hier, V2, das ist dieser hier. So, jetzt muss ich allerdings die Lösungsmenge noch etwas erweitern. Ich habe zwar hier zwei Eigenvektoren berechnet, aber es gibt noch unendlich viele andere Vektoren, die ebenfalls Eigenvektor der gegebenen Matrix sind. Ja, um das zu erklären, das mache ich hier vorne, muss ich mal so ein bisschen hier die Tafel putzen. Ja, ich habe hier die Tafel geputzt und ein Koordinatensystem hingezeichnet. Und jetzt möchte ich euch also erklären, mithilfe dieses Koordinatensystems, warum diese beiden Vektoren hier nicht die einzigen Eigenvektoren sind, die aus dieser Gleichung hier hervorgehen. Ja, oder anders gesagt, es gibt noch mehr Vektoren, die hier senkrecht auf dem Vektor 4,8 stehen. Ja, da haben wir nämlich einen Fehler gemacht. Wir haben gesagt, der Vektor minus 8,4 ist senkrecht auf 4,8. Das ist zwar richtig, aber es gibt noch mehr Vektoren, die auch senkrecht auf 4,8 sind. Ja, das zeige ich euch jetzt mal, wie man diese Vektoren findet. Ja, zunächst einmal zeichne ich diesen gegebenen Vektor 4,8 hier in das Koordinatensystem ein. Das heißt, ich muss 4 nach rechts und 8 nach oben. Dann bin ich ungefähr hier. Also von diesem Vektor gehe ich aus, vom Vektor 4,8. Ich schreibe es auch mal hin, 4,8. So, und dann hatten wir gesagt, wir brauchen einen Vektor, der senkrecht dazu ist, nämlich diesen gesuchten Eigenvektor hier. Der muss senkrecht dazu sein. Und da hatten wir diesen Vektor, dem Vektor minus 8,4. Also minus 8,4. Dann sind wir ungefähr hier. Ich zeichne den mal ein. So, und ich schreibe auch mal dran. Das ist also die Lösung, der Vektor, der Eigenvektor minus 8,4. Also bis jetzt haben wir noch richtig gerechnet. Das kann man auch sehen. Man sieht schon, die beiden sind nämlich wirklich rechtwinklig, die stehen wirklich rechtwinklig aufeinander. Das kann man, denke ich mal, schon aufgrund der Anschauung sehen. So, jetzt habe ich gesagt, dass es hier nicht nur diese beiden Lösungen gibt, sondern unendlich viele weitere Lösungen. Ja, welche Lösungen könnten das sein? Dazu mache ich folgendes. Ich multipliziere hier die Lösung minus 8,4 einfach mal mit einer Zahl k. Ja, dann entsteht ein Vektor, der entweder kleiner ist als minus 8,4, also kürzer, oder der länger ist. Das kann auch passieren, wenn k größer 1 ist. Und wenn k negativ ist, dann zeigt der Vektor in die entgegengesetzte Richtung. Aber da unten kann ich das nicht mehr einzeichnen, da habe ich keinen Platz mehr. Ja, aber ihr seht schon, wenn ich hier mit k multipliziere, dann entstehen Vektoren, also der kürzere oder der längere Vektor ist das im Beispiel, dann entstehen Vektoren, die ebenfalls senkrecht auf 4,8 sind. Ja, das heißt, ich habe nicht nur die Lösung minus 8,4 hier, die senkrecht ist, sondern ich habe unendlich viele weitere Lösungen, die ebenfalls senkrecht auf 4,8 sind. Ja, und deshalb muss ich folgendes machen. Ich muss hier hinter die Lösung schreiben, mal k. Jedes k-Fache dieses Vektors, also längere, kürzere, sind ebenfalls senkrecht auf dem gegebenen Vektor 4,8. Und hier unten natürlich genauso. Gut, also das sind jetzt hier meine Lösungen. Das ist die erste Lösung, oder besser gesagt, jeder dieser Lösungen besteht wiederum aus unendlich vielen Lösungen. Und deshalb bezeichnet man die Lösung auch nicht als Eigenvektor, sondern als Eigenvektorrichtung. Denn alle diese unendlich vielen Lösungen liegen ja auf dieser Geraden und zeigen daher in die gleiche Richtung. So, jetzt habe ich allerdings immer noch nicht die endgültige Lösung. Und zwar kann ich das grafisch und algebraisch zeigen. Wenn ich nämlich mal diesen zweiten Eigenvektor hier einzeichne, minus 2,1, dann sehe ich, da erhalte ich einen Vektor, diesen kurzen hier, der liegt ja schon auf dieser Eigenvektorrichtung. Also anscheinend ist diese zweite Lösung gar nicht nötig, die steckt da drin. Das kann ich auch algebraisch zeigen. Und zwar mache ich folgendes. Ich darf doch diesen Vektor hier mit einer beliebigen Zahl k multiplizieren. Und wenn k beliebig ist, dann darf k ja auch gleich 4k sein. Also schreibe ich da hin, 4k geht auch. Ist ja egal, mit welcher Zahl ich multipliziere. So, jetzt führe ich diese Multiplikation durch. Also diese Zahl 4 mit dem Vektor. Also 4 mal minus 2 ergibt minus 8. Und 4 mal 1 ergibt 4. So, und die 4 muss jetzt weg. Und da sehe ich, da steht ja jetzt plötzlich genau das gleiche wie hier oben. Die gleiche Eigenvektorrichtung. Minus 8,4 mal k, minus 8,4 mal k steht genau das gleiche. Das heißt, diese Lösung ist überhaupt nicht nötig. So, und das ist eine sogenannte Kontrollstelle. Wenn ich hier nicht das gleiche rausbekomme wie hier, dann habe ich einen Fehler gemacht. Das ist das Schöne. Ich sehe auch direkt an dieser Stelle, ob ich richtig gerechnet habe oder nicht. Ja, jetzt muss ich ja noch diese Gleichung hier lösen. Aber das mache ich im Schnelldurchgang. Denn das funktioniert genauso, wie ich hier auf der linken Seite der Tafel gezeigt habe. Gut, also der erste Teil des Tricks lautet, ich schreibe diese Matrizenmultiplikation hier in Form zweier Skalarprodukte. Einfach, indem ich die Definition der Matrizenmultiplikation anwende. Das heißt, ich multipliziere Skalar jede Zeile mit jeder Spalte. Fangen wir mal mit der ersten Zeile, ersten Spalte an. Da habe ich also, die erste Zeile lautet, minus 2,8. Der Vektor minus 2,8. Und der wird Skalar multipliziert mit der ersten Spalte der zweiten Matrix. Also mit x, v, y, v. Mit dem Vektor, der die Koordinaten hat, x, v, y, v. Und das Ergebnis, wo finde ich das? Ja, weil ich die erste Zeile und die erste Spalte multipliziert habe, finde ich das Ergebnis ebenfalls in der ersten Zeile, ersten Spalte. Also da steht eine Null, schreibe ich einfach die Null hin. So, jetzt muss ich noch die zweite Zeile mit der ersten Spalte multiplizieren. Also den Vektor 1, minus 4. Skalar multipliziert mit der ersten Spalte. Also wieder mit x, v, y, v. Und wo finde ich das Ergebnis? Ja, weil ich die zweite Zeile mit der ersten Spalte multipliziert habe, finde ich das Ergebnis auch. In der zweiten Zeile, erste Spalte, also die untere Null, muss ich da hinschreiben. Gut, jetzt muss ich mir wieder überlegen. Also wir sind jetzt beim zweiten Teil des Tricks. Da muss ich mir wieder überlegen, oder ich muss erkennen, besser gesagt, dass diese Skalarprodukte gleich Null sind. Und das ist genau dann der Fall, wenn die beiden Vektoren hier, beziehungsweise diese, senkrecht aufeinander stehen. Das heißt, diese beiden sind senkrecht und diese beiden auch. Ich schreibe es mal ein bisschen schöner. So, diese beiden und diesen beiden sind senkrecht. Ja, jetzt weiß ich also, dass dieser und dieser Vektor senkrecht ist. Und da haben wir gesagt, einen senkrechten Vektor zu diesem Vektor hier finde ich, indem ich einfach Folgendes mache. Ich vertausche die Koordinaten aus minus 2, 8 wird 8, minus 2. Und jetzt drehe ich eines der Vorzeichen um. Dann nehme ich am besten das untere, weil da steht ein Minus, dann wird dann Plus draus. So, das Gleiche mache ich natürlich hier. Also, ich suche wieder einen senkrechten Vektor zu 1, minus 4 diesmal. Und das ist dann der Vektor mit Vertausch und Koordinaten. Also, ich vertausche die Koordinaten. Aus 1, minus 4 wird minus 4, 1. Und ein Vorzeichen umdrehen, dann nehme ich doch am besten das obere. So, jetzt muss ich mich wieder daran erinnern, dass auch jedes K-Fache eine Lösung ist. Das heißt, ich habe nicht zwei Eigenvektoren, sondern zwei Eigenvektorrichtungen. Und jetzt kommt die Kontrolle. Wenn ich richtig gerechnet habe, ist diese Eigenvektorrichtung identisch mit dieser hier. Dazu multipliziere ich, da muss ich mal gucken, hier habe ich eine 4, hier habe ich eine 8, da muss ich mit 2 multiplizieren. Also, als K, als Zahl K, wähle ich die Zahl 2K. Jetzt führe ich diese Multiplikation durch. 2 mal diesen Vektor. Das mache ich, indem ich jede Koordinate mit der 2 multipliziere. Und da sehe ich, da kommt genau das Gleiche raus wie hier. Also, die Kontrolle hat funktioniert. Das hier ist meine Lösung. Beziehungsweise die, wenn die V1 heißt, nenne ich die mal lieber hier V2. Jetzt können wir das Endergebnis angeben. Gegeben war eine Matrix A. Diese Matrix hat den Eigenwert Lambda 1 gleich 1. Zu diesem Eigenwert gehört eine Eigenvektorrichtung, die seht ihr links unten. Außerdem hat diese Matrix A noch einen zweiten Eigenwert, und der heißt Lambda 2 gleich 7. Zu diesem Eigenwert gehört auch wieder eine Eigenvektorrichtung, und die seht ihr rechts unten. Ich werde noch zwei Ergänzungsvideos zu diesem Video machen. Im ersten werde ich zeigen, wie man das Ergebnis normiert. Im zweiten Ergänzungsvideo, da werde ich dann noch eine kleine Variante dieses Verfahrens demonstrieren. Die unterscheidet sich allerdings nur im letzten Punkt. Und zwar kann man nämlich Folgendes machen. Der letzte Punkt lautete ja, dass man einen senkrechten Vektor zum gegebenen Vektor findet. Das ist zwar einfach, aber manche Leute machen das anders. Und zwar schreiben die dieses Skalarprodukt dann als Gleichungssystem. Kann man auch machen, ist zwar umständlicher, aber deshalb habe ich das dann auch eben ausgelagert in ein anderes Video. Also mir gefällt diese Methode viel besser. Da kann man nämlich praktisch innerhalb von einer Sekunde schon die Lösung angeben, wenn man hier auf der zweiten Tafel gelandet ist. Gut, aber auf jeden Fall sind wir jetzt am Ende. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen. Na ja, auf jeden Fall sind wir jetzt am Ende. Vielen Dank.